Ich habe die Berliner Mauer gewalt. Ich habe die Berliner Mauer gewalt, weil ich finde die Berliner Mauer richtig interessant. Die Berliner Mauer ist gebaut in 1961. Die Berliner Mauer wurde stark bewacht. Viele Menschen versuchte zu Flüche auf Tunnel und viele Menschen versuchte zu Flüche auf Auto. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Viele Menschen klattern auf die Mauer, sie tanzen und singen. Die Oesterberliner war frei, danach 28 Jahren. Nach der Mauerfall war da eine große Arbeit zu wiederaufbauen, Deutschlands Zusammenhalt und Wirtschaft. Heute kann man sehen, wo die Berliner Mauer hat. Die Berliner Mauer ist bewahren für Touristen, für Touristen. So, das geht. Danke für das, ja.